Musik Hallo zusammen, ich bin Jan-Franco Vargas und spiele bei der Rappers Viljona Leikers bei der Moskitostufe Musik 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 Zufall Verlust Natürlich kostet das Baby-Tonier einmal viel Geld und deswegen wäre ich froh, in jedem eine Unterstützung. Hallo zusammen, Jan Franco hat die Chance, als PIVIT-Turnier zu gehen. 2007 war ich ebenfalls dabei und es ist bis jetzt ein unvergessenes Erlebnis. Ich persönlich unterstütze ihn und ich hoffe, du auch.